Leute, heute geht es ein Lucky Block Battle gegen den Crystal Clan und gegen die Himmelskriege! Was geht ab? Was geht ab, Leute? Der Alpha Clan wird euch besiegen! Warte, Top Man! Also, mein einziger Gegner heute ist der Crystal Clan, weil die anderen nehm ich nicht ernst. Äh, was soll das? Ich bin Lucky Block Profi, warte, empf! Hier sind wir in meiner Arena, ihr werdet schon sehen! Bro, der Alpha Clan ist ein Noob Clan! Ich spiele heute Heim, ihr spielt heute Gast, seid ihr bereit? Ich würde sagen, wir spielen jetzt, let's go! Ey, ey, was? Der macht schon auf! Hä? Der hat auch schon aufgemacht! Hä? Was krieg ich? Ich hab direkt meine Erste... Oh mein Gott, Bro! Ah, pass hin! Mach die platt, man! Du hast'n Gas! Mach die platt, Junge! Alter, ich hab' grad... Das ist, glaub ich, OP! Den kriegst du nicht so schnell down! Das ist, glaub ich, OP! Der macht ja alles kaputt, Leute! Wir müssen aufpassen! Ah! Ey, das war ein Weltenzerstörer gewesen! Was hat Abi da für'n OP-Zombie? Schau mal mit seinen Schwerten! Alter, warte! Ist aber weg! Oh, oh! Los, grad die will kriegen! Mach die platt, man! Bro, ich hab'n TNT-Schwert, ich hab'n TNT-Schwert, Leute! Explosies! Ich hab'n Riesen-Super-Boots! Wo bin ich? Ich hab'n Riesen-Creeper bekommen, Leute! Schaut mal! Aua! Aua! Was war das? Ich hab'n noch gar nix Gutes bekommen an die Schwester! Plural-Game! Ich krieg' irgendwelche... Hä? Ey, ich wurde vergiftet! Oh, ich hab'n OP-Hose! Ich hab'n die Schokoladenhose! Guck mal, was ich hab! Guck mal, wie ich jumpen kann! Nein, ich wurde... Ich bin down! Oh, Mann! He, he, he! Hä? Ich hab' hier Dings bekommen! Rare-Food hab' ich bekommen! Oha! Guck mal, was ich bekomme! Aber ich hab'n irgendeine Melone bekommen! Aber die sieht nicht normal aus! Ich krieg' richtig viele Herzen! Bin unsichtbar! Guck mal, ich hab' ne... Ich bin auch unsichtbar! Guck mal, ich kann's euch rüberspringen! Bin bei euch! Alter, Bro! Ich hab' OP-Food! Ich hab' alle! Bro, ich hab' alles! Ja, du wirst trotzdem verlieren! Bro, ich hab' sogar so'n Jump-Boost! Ja, aber du wirst trotzdem verlieren! Nö, ich kann'n fliegen! Ach, du musst'n sogar fliegen können! Nein! So unfair! Aua! He, 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 he! Hey! Ich kann'n fliegen, Bro! Hä? Oh, du kannst Creepers-Bomb mit deinem Schweren! Ja, ja! Hä? Ich kann auch fliegen! Ich kann nicht fliegen, Leute! Was soll das? Äh, Bro, du hast auch so'n... Hast du auch diese OP-Potion? Ne, ich hab' so'n Proof-Boots hab' ich! Äh, ich hab' ich hab' so'ne OP-Potion! Oh! Unendlich Enderperlen! Oh, mein Gott! Äh, wie unfair ist das, Mann? Ich krieg' gar nix Gutes mit dir! Armin, ich war'n dich, Bro! Wenn du... Ja, Bro! Prick' dir nichts! Prick' dir nichts! Ich kann fliegen! Ich kann aber nicht fliegen! Leute, ich kann nicht fliegen! Bitte! Lass' dich in Ruhe! Äh... Aua! Lass' meine... Achso! Lass' meine Base in Ruhe! Oh, ich hab' hier... Ich hab' hier nen Creeper-Dings, Junge! Ja, okay! Shane Lucky Block! Ja! Shane Drop! Oh, Leute! Ähm... Ich glaub' niemals! Was war das denn, Junge? Ich krieg' jetzt noch ein krasses OP-Item gedroppt, glaub' ich! Da ist es! Oh, ich hab' das Shane-Schwert! Ähm... Darf' ich das schon behalten? Danke! Soll ich das Schwert in die Hand nehmen, dann werdet ihr alle draufgehen! Was? Lack! Oh, Rau! Ich krieg' ein Eiferschein! Ich glaub' das Schwert bald nicht viel später! Ich hab' ein Krampolin bekommen! Ey, das Schwert jetzt soll'n... Soll ich das selbst in die Hand nehmen, aber ich glaub' dann geht eure Rüstung kaputt! Zieht die mal lieber aus! Ey, nein! Nimm's nicht in die Hand, Junge! Okay! Hä? Hä? Oh, oh! Was ist hier? Ich hab' Liebestränke! Was bringt die denn? Hä? Da kommen Herzen! Ich hab' ne gebrochene Axt bekommen! Äh, Eiferstein! Hier, für dich! Ey! Ich hab' dir den Liebestränken! Ey! Ey, guck mal wie weit Stani ist! Ultrasonic-Boot? Woah! 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 Äh... Jungs! Was denn? Äh... Guck mal! Woah! Guck mal bei mir! Du kannst ja echt hochspringen! Aber ich auch! Ich hab' hier Ultrasonic-Boot, Junge! Na mei! Das wird ja gar nix springen, Stani! Guck mal bei mir! Ich hab' ne Kuh mit Villager! Was hast du? Ne Kuh mit Villager? Ja! Guck mal auf! Aber guck mal wie hoch ich springe kann! Ich springe bis zu den Volken! Mit meinen Sonic-Boots! Oh mein Gott! Kannst du die TNTs? Nein! Oh! Oh! Das war's, Amir! Ich hab' Galaxy-Lucky-Block oder was ist das hier? Das kann man nicht abbauen! Oh! Ich hab' hier einen riesen Lucky-Block! Er kommt in den TNT! Cool auf! Nein! Bro! Ich hab' ein neues Schwert! Ich hab' irgend so'n kranken Helm, Bro! Ich hab' irgend so'n richtig kranken Helm! Ich hab' den ultimativ Plural-Helm! Leute! Der hat... Der hat Protection-C! Das wird dich überhaupt nix bringen! Denn ich hab' die Big Fortuna-Berries! Guckt euch immer an wie groß die sind! Wenn ich die esse! Wenn ich unendlich steck! Hä? Was hast du? Die Big Berries! Die Big Fortuna-Berries! Oh mein Gott! Blum, 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 blum! Ich esse die jetzt! Blum, 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 blum! Wow! Ich kann richtig hoch springen! Ich kann richtig schnell laufen! Oh mein Gott! Warte mal ganz kurz! Äh, Stanni? Ja? Aber ich kann nicht fliegen! Nein! Ja? Wir haben ja auch ab, Junge! Oh! Ich hab' den OP schon! Ich nimm das mal! Wow! Ey! Was war... Nein! Ich fahre jetzt durch den Map! Ich auch! Hohoho! Ich hab' alle Items gelöscht, Bro! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alle Items gelöscht! Ich hab' auch alles verloren! Ich hoffe, Ultimate Shade Pickaxe! Oh mein Gott! Nein! Du hast die! Die ist richtig OP! Ich hab' die Cheese Shovel! Also ne Schaufel! Äh! Alter! Was hat der denn? Oh! 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 Der hat eine richtig krase OP-Exe! Stanni! Pass auf! Oh mein Gott! Bro! Was hab' ich denn hier für ne Axt? Ich hab' den Clays-Bogen! Guck mal! Detelab! Oh mein Gott! Ich bin einfach gestorben, wie war das, was war das? Das war CT! Das war Amir, das war seine Schwing! Oh mein Gott! Guck mal mein Schwert an! Ich muss das Brot wegschließen, Leute! Ah, das ist richtig schwach, das sieht so stark aus! Ich komm gar nicht mehr rüber jetzt! Amir, das ist kein Problem! Jetzt haben wir Blöcke! Ja, ich hab auch Blöcke! Ich brauch doch irgendwas, ich komm nicht mehr rüber! Der war doch mit Blöcken! Ah, ah, oha! Ja, ich geh jetzt rüber! TNT Lucky Block, ich hab den Tee bekommen! Okay, bringt nix! Ist so unfair, wie dass ich wieder alles bauen muss, ne? Gut so! TNT Lucky Block hab ich immer am meisten Angst! Für die Noobkrieger! Oh, Schaffe! Es ist zu krass, was passiert hier! Ich komm gar nicht gleich, ich hab ne neue Hose! Die Proof Leggings! Ich hab nen Rainbow Sword, guckt mal! Was? Das sieht krass aus! Wow! Das ist nicht stark, oder? Ist das stark, Alperstein? Wie viel Attack Damage steht da drauf? Ja, Attack Damage, elf nur! Nur elf, dann ist es schwach! Ich glaub, die Schildschmutzack ist viel stärker! Aha! Ich hab nen riesen Kuchen, Leute! Das ist riesig! Wollt ihr mir das, Leute? Kommt rüber! Ja, okay, ich komm rüber! Guckt, wie groß das ist, Leute, wenn ihr ungehabt habt! Gehört euch! Der gibt's doch OP-Effekte! Man kriegt mehr Herzen, wenn man den isst! Ey, dich angreifst ab hier! Was ist denn jetzt? Ich geb dir die Hand! Ich nehm hier zu! Ah, Bro, ich hab nen Schwert, was 100 Attack Damage macht! Was ist das hier? 100 ist schonmal... Oh, ich glaub, das ist so ein Schwert! 100 ist schonmal ein guter Start hier! Aber wir... Eiki, ich hab die Galaxy Bomb! Oh, oh, benutzt die nicht! Steini, bitte nicht rechtsklick drücken! Pass auf! Ne, 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 alles! Steini, beruhig dich bitte, ja? Ich glaub, ich geb mir die Galaxy Bomb zum Ende auf! Ja, für den Kampf lieber! Bitte! Bist du so stark, oder was? Ja, es wird alles in die Luft gehen! Was? Was ist das denn hier? Oh mein Gott, was ist das denn schwer? Plus 270 Attack! Oh mein Gott! Oh Leute, wenn ihr wüsstet, was ich hier hab, ihr müsst das mal essen! Warte, ich geb euch das mal! Nein, ich ess von dir nix, Alfie! Wirklich? Kannst du mir vertrauen, Steini? Ne, ne, ne! Was ist das denn hier? Das ist nur ne Pizza! Äh, Abi, lass mich! Ich wollt nur gucken, ob das Schwerzi damit macht! Was hast du denn da, Alfie? Probier mal, wirklich! Das ist einfach nur ne Pizza! Du siehst doch den, ähm! Ey, Alfie, aber wenn dir irgendwas passiert mit der Pizza, dann bin ich durch, ja? Äh, ess einfach, vertrau mir! Flat Pizza, okay! Wow! Oh, was ist das denn? Mit der Herzen auf mich denn? Wir sind unbesiegbar, Leute! Oh mein Gott! Aber ist das nicht schlecht? Äh, weiß ich nicht! Warte mal, was ist das denn? Oh Gott! Mein ganzer Wünschung ist voll, ich kann nix mehr sehen, Leute! Ich kann auch nix mehr sehen! Ey, ich hab hier so viel random Zeugs bekommen! Ich kann die Illuminati Rüstung craften, Leute! Schaut mal! So! Was ist das? Ihr habt verloren, es ist vorbei! Nein! Ich seh nix mehr! Hehehe, wegen dem Herzen! Oh mein Gott, ich hab ein... Ich hab ein... Oh mein Gott! Eiferstein ist vorbei! Hä? Wieso? Ist vorbei! Ich habe den, ich kann's nicht lesen! Ich habe den! Hehehehe! Guck mal bitte meinen Bogen an! Hä? Das ist der Clay Spunk, den hab ich auch! Guck mal! Aaaaah! Das ist ein fliegendes Ding! Hehehehe! Ja, super! Ich brauch jetzt 8 Arten zum sterben, ne? Oh mein Gott! Ich sterb nicht! Meine Herzringe ist schnell, als ich Damage kriege! Hä? Warte, ich krieg uns alte Milch! Äh? Äh? Eine Milch! Eine Milch! Nee! Eine muss ich holen! Jungs! Du musst die Milch trinken, trinken! Aaaaah! Steine! Hä? Du musst die Musik! Ich glaub, mit meiner Shade Pickaxe werde ich euch trotzdem kaputt machen! Niemanns! Was? Ich hab das OP-1-Hitschwert! Haha! Du denkst mir stark, Abi! Aber guck jetzt! Muss ich nur einmal treffen! Bleib ruhig! Komm hier! Hey, Abi kann da oben rumfliegen! Oh! Hö! 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 Wie heißt denn das OP-Schwert, was du da hast? Ich kann mal gucken! Keine Ahnung! Was hat kommen mit Namen? Plus... 2 Milliarden Attack! Was? Das ist nicht erlaubt! Du bist das Pandas Item! Bro, ich hab aber auch was ganz anderes! Ich hab noch einen Potion, Alter! Weil ich den nimm ab, eh keine Chance! Ich hab die Galaxy Bomb noch! Ja, aber... Ja, okay! Die Bomb kann gefährlich werden! Aber ich will dir nichts sagen! Ja! Ja, was denn? Okay, du willst Ärger haben? Ich war das nicht! Bitte, Abi! Nein! Wer war das von euch? Wer war das von euch? Kräfen Sie die Hexen an! Aber nicht mich! Ich brauche mich hier rüber! Ich hab nichts gemacht! Nochmal! Hör auf auf mich zu schießen! Ansonsten fliege ich rüber! Mach euch kaputt! So muss ich von euch laufen! Nochmal, ey! Oh! Ich hab über 3 Stacks TNT jetzt! Das bringt dir heute überhaupt nichts! Ich hab Dynamins! Was ist das hier? Was ist das hier? Oh! Ich hab auch eine krasse Angst! Schau mal an mir! Guck mal rüber! Oha! Wie krass sieht die denn aus? Oh Mann! Aber jetzt nicht so viel! 10.000 Tag Damage wieder eins! Nee, hat's noch nicht! Oh! Guck mal die 3 D-Items! Nein! Ich hab verzaubertes random TNT Potion! Voltage Dagger! Oh oh! Ja! Was ist denn diese TNT Potion? TNT Potion? Trink die mal! Oh mein Gott! Hä? Ja! 10.000 Tag Damage schwer eins! Äh! Was war das denn? Was war das denn? Ich werde jetzt gewinnen Leute! Einfach klein! Einfach klein! Ich hab ne Tropete! Ey! Aber ihr habt doch alle keine Chance! Was ist denn los bei euch? Wir haben keine Chance! Wir haben safe ne Chance! Ey! Ich würd sagen! Wollen wir gleich das Duell machen? Jetzt ist schon! Jetzt ist schon! Jetzt ist schon? Ich bin noch lange nicht... Au! Au! Was ist hier los? Oh! Ich bin noch lange nicht bereit! Boah ey! Das liegt ja voll gerade hier! Warte mal! Bist du doch nicht bereit oder was? Noch lange nicht! Ich brauche noch viel bessere Ausrüstung! Ey! Ich denk! Du hast schon deine Illuminaten Ausrüstung da! Ich glaub die ist nicht stark genug! So! Der Alpha Clan ist eh schwach! Der hat eh nichts! Ja! Das stimmt halt leider! Warte! Boah! Ich werde diese Galaxy Bomb Leute! Das wird mein Joker sein! Komm schon Alpha Clan! Boah! Was war das denn? Oh! Oh! Schnell weg damit! Ein bisschen! Lass nur auf Armi gehen! Wir müssen es zusammenschließen, Alpha Clan und Crystal Clan! Ja, Mann, safe! Wir müssen halt einfach besser! Nein! Überhaupt nicht! Golden Apple! Oh mein Gott, diese Herzen ich habe! Gesundheit! Crystal Clan! Alpha Clan, pass auf dich auf! Bro! Äh, was hab ich denn da jetzt gerade? Keine Ahnung! Pixel Gun? Es geht zu viel ab, Leute, was haben wir alles? Das ist grad wirklich zu krass! Wieder 10.000 Tag damit schwirrt, Leute! Guckt mal, wie groß das ist! Hä? Woah! Woah! Was war das? Was war das? Ich hab das stärkste Item! Ich hab das stärkste Item! Das war eine OP-Bazouke! Das war's! Hey, ich bin hier raus! Nein, auf meine Seite! Ich hab meine Seite! Au! Wie krass ist das denn, Junge? Pisa, bitte! Pisa, bitte auf mich! Wo bist du denn? Hier in diesem Dings gefangen! Wann muss ich hinlaufen? Was Neues? Aua! Bei mir leckt alles! Bei mir leckt alles! Bei mir leckt alles! Hey! Schau dir los! Aus jetzt! Ohoho! Nein! Du wirst auch sehen, die Crystal Clan mache ich für'n Bloodman! Wirklich! Ich kann weiter ausmachen! Endlich! Bitte nicht mehr angreifen! Du kippt mit der Kanone! Was ist denn hier für ein Beacon? Was ist denn für ein Beacon, Leute? Äh... Bro, ich... Oh Gott! Wo ist ein Beacon? Ich hab Angst, Leute! Ich habe Angst! Ich mach jetzt Speedrun! Komm schon, ich mach richtig viele Items! Ja, ich mach jetzt auch Speedrun! Oh mein Gott! Ich hab OP-Hose bekommen! Komm schon! Ich muss doch irgendwas krasses kriegen! Bitte! Für den Alpha Clan! Alpha Clan! Alpha Clan! Alpha Clan! Alpha Clan! Alpha Clan ist Schmallspur! Boah, du nervst! Heute echt so, man! Boah, ich kann richtig gut hoch springen! Ich krieg eigentlich keine guten Sachen raus! Ich hatte doch nie so viel Pech! Älter Apfel? Was ist das denn? Oh, ess den mal! Dann kriegst du, glaube ich, richtig krass Effekte! Boah, ich bin dann super schnell! Hä? Oh, es ist Nacht! Dunkel, Bro! Es ist dunkel! Wo ist wieder? Hey! Irgendjemand hat dunkel gemacht! Oh nein! Ich steck hier fest! Kann nicht gut! Ja! Ich hab ne Rüstung! Da bin ich gegen Explosionen! Machen null Damage bei mir! Jetzt! Wirklich jetzt! Oh mein Gott! Ich hab Shade Lucky Block! Nein! Wie? Was? Wo? Wie wann? Was ist? Oh mein Gott! Vorbei! Da geht alle drauf! Alter! Wie viel Shade-Damage hat das schwer! Nimm's nicht in die Hand! Welches ist es? Wie heißt es? Das heißt Ultimate Shade Sword! Nein! Du hast das stärkste Schmerz, das es hier gibt! Hä? Aber meins hat gar keinen Namen! Bei mir sind nur so Zeichen dran! Okay! Ich mach mir ganz kurz hier paar Level hoch! Oh! Ich hab weiter, was auch alle besiegen können! Ich hab gewonnen! Was denn? Geheim! Du lügst nur! Haha! Es heißt Galaxy Guess! Was ist das? Das kann alle, die ich treffe, das so in Potion! Wenn ich in wer von euch treffe! Äh! Geht die drauf! Ich hab die Zeus Chess Plate! Ich hab die Galaxy Sword! Potion of Wings! Hey! 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 Lass jetzt fighten, Junge! Es reicht mir! Ohne Spaß! Ich bin ready! Ihr seid bereit fürs Battle oder was? Ja! Battle jetzt! Jetzt zuerst dreimal gewittert rüber geworden! Okay! Okay! Wer will fighten? Wer will fighten? Hey! Einfach klar will fighten! Ich mach euch Plan! So! Ich bin bereit für den Fight! Oh! Ähm! Ich muss doch schon was kraften, Leute! Wartet doch! Äh! Au! Oh mein Gott! Alles leckt, Bro! Was passiert? Hey! Hey! My Craft! Äh! Jungs! Hier ist alles Bedrock geworden! Sorry! Ja! Super! Danke dir für nichts! Äh! Jungs! Soll ich euch mal was zeigen? Was denn? Die ich erste Runde ganz einfach gewinnen kann? Wie denn? Mit dem stärksten Schwert im Spiel! Hey! Den kann ich dir annehmen! Hey! Es geht doch gar nicht los! Hey! Du hast das Schein schwer! Das ist unfair! Ihr habt keine Chance gegen mich, Junge! Es geht doch gar nicht los! Warte doch! Ja! Okay! Greift mich an! Ja! Okay! Komm! Wer mich angreift! Ich sag jetzt schon! Wer mich angreift! Der nimmt mich das Schwert in die Hand! Der mich angreift! Ah! Ihr habt mich sogar getroffen! Ich bin bereit, Leute! Okay, dann! Ich bin ready! Ich bin auch ready! Ich glaube, ein Teil fehlt noch bei mir! Ähm! Jetzt bin ich bereit! Ich bin bereit! Okay, let's go! Bam! Äh! Armin, willst du mich auch angreifen? Okay, let's go! Komm her Armin! Äh! Deine Rüstung ist kaputt gegangen! Äh! Was? Oh! Armin! Was ist da los Armin? Wir können es beide die ganze Zeit besiegen haben hier! Feiert doch beide gegen mich! Feiert doch! Ey! Ja! Einfach Klan! Und der Höllenkrieger Klan gegen mich feiert! Was für Höllenkrieger! Der Höllenkrieger! Los! Feiert gegen mich! Himmelsnoops! Okay, let's go! Steini, komm her! Ups! Ähm! Ich hab nicht getroffen! Ich mach nicht! Ah! Ja Bro! Einfach Steini weg! Ey! Ey! Und weg! Ey! Was passiert? Er hat Glück gehabt! Das war's, Alter! Und weg! Hau rein! Was ist das? Ey! Das ist zu krank, Bro! Ey! Lass Olas schnell kämpfen! Wir richtigen Männer! Wir richtigen Kleinen! Äh! Ja, okay! Ich nimm die Shade Pickaxe! Ich nimm die Shade Pickaxe! Oh! Okay, hier! Komm! Der will fighten! Das ist fair! Ja, okay! Komm! Okay, bis drei! Let's go! Los! Armee! Armee! Armee dauernd! Nee, ich kann's doch nicht besiegen! Zack, 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 zack! Hey! Ey! Weg mit dir! Ja, er benutzt wieder das Schwert! Bro! Ich muss vielleicht ein anderes craften! Aber warum stirbst du nicht? Alferstein weg! Armee weg! Ich mach ein stärkeres Schwert! Dann kann ich euch besiegen! Alfi weg! So, jetzt hab ich also ein Pink-Lang-Schwert! Komm her! Komm her! Irgendwann ich bleib! Das bringt nichts! Das kann nicht sein! Jungs, ich bin der Stärkste! Ihr müsst einfach aufnehmen! Du hast irgendeinen Cheat benutzt! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Tschüss! Das kann nicht sein! Komm her! Entschuldigt euch! Aufhören zu kämpfen! Aufhören zu kämpfen! Aufhören zu kämpfen! Hä? Bro! Ja, okay! Jungs, ich bin raus jetzt hier! Tschüss! Ich weiß wie! Mit dem Galaxy Gas kann ich dich besiegen! Okay? Bleib einfach so ruhig stehen! Niemals! 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 Niemals!